Hallo, ich bin der Gregor und ich möchte Ihnen in diesem Video unseren Schwarzlüfter Boccian 2,75 m vorstellen und zeigen, wie er aufgebaut ist, wie er funktioniert und wie man ihn richtig mit einem Schlepper ankoppelt. Der Schwarzlüfter Boccian 2,75 m ist eine große Version des Boccian 2,25 m, der im Laufe der Jahre die Herzen unserer Koden erobert hat und sich als der praktische Wender erwiesen hat, der die Anforderungen der heutigen Betriebe erfüllt. Der Boccian 2,75 m verfügt über einen Stützfuß, der den Anbau erheblich erleichtert. Wir beginnen mit dem Anbau der Maschine mit dem Traktor, indem wir als erstes die Unterlenkerbolzen in Kategorie 2 anschließen, danach den Oberlenker und die Zapfwelle. Anschließend können wir die Hydraulikschläuche der Schrägstellung anschließen, der den Arbeitswinkel der Maschine um 20 Grad verstellt. Nach dem Anschluss der Hydraulik kann die Transportsicherung und die Sicherung der hinteren Räder aus der Transportstellung entfernt werden. Die Arbeitshöhe wird mithilfe der Bolzen an den hinteren Lenkrädern und der Höhe der Traktorunterlenker eingestellt. Ich werde nun einige der technischen Details zeigen, die unsere Maschine auszeichnen. Die Federzinken aus hochfestem 8,5 mm dicken Federstahl sind mit Schutzvorrichtungen versehen, die verhindern, dass beschädigte Federn in den Schwart gelangen. Die Arbeitswelle wird von einer Kette angetrieben, wodurch Rutschen und Riemenwechsel eliminiert werden. Die hinteren Hecklappen ermöglichen es uns, den Schwart in die beliebige Breite abzulegen. Die Maschine ist mit Lenkrädern ausgestattet, die eine Höheneinstellung besitzen. Der Schwartlüfter ist mit einer Gelenkwelle 460 Nm mit Einwegkupplung und einer 900 Nm Rutschkupplung ausgestattet. Denken Sie daran, die Gelenkwelle vor dem ersten Einsatz gemäß der Anweisung zu kürzen. Wechseln Sie das Öl im Winkelgetriebe maximal einmal im Jahr und überprüfen Sie den Ölstand etwa alle 50 Betriebsstunden. Es muss Getriebeöl mit den eingeschafften GL4 80 wie 90 verwendet werden. Bei defekten mit deutlichen Verschleißanzeigen gebrochenen Zinken müssen diese unbedingt ausgetauscht werden. Schmieren Sie die Schmierpunkte gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung ab. Wenn alles vorbereitet ist, können wir mit der Arbeit starten. Die Maschine arbeitet mit der maximalen Drehzahl von 540 Umdrehungen pro Minute. Wichtig, von der ersten in Betriebsnahme die Betriebsanleitung lesen. Für weitere Informationen der und anderer unserer Maschinen gehen Sie auf unsere Internetseite. Ich bedanke mich sehr herzlich und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich sehr herzlich und bis zum nächsten Mal.